Sie sind auf der Suche nach besonderen Multifunktionsdruckern? Drucker, die in Handwerksbetrieben und Arztpraxen genauso zuverlässig funktionieren wie in Coworking Spaces? Kurz gesagt, Sie suchen das Besondere mit dem entscheidenden Quäntchen Profi-Funktionalität extra? Sie haben ihn gefunden, die neuen Lexmark Drucker der Viererserie. In vielen Firmen ist das schnelle Durchdrucken formeller Dokumente tägliche Realität. Ein Drucker, der diesen Anforderungen genügt, muss unterschiedlichste Formate und Formulare, Rechnungen, Lieferscheine bis hin zu Etiketten, Briefumschlägen und Rezeptdruck schnell und zuverlässig verarbeiten können. Genau dafür wurde die Lexmark Vierer Serie entwickelt. Sie arbeitet mit bis zu 23 Ausdrucken pro Minute, auch größere Druckjobs zuverlässig ab. Die große 650 Blattzuführung erweitert man mit einfachen Handgriffen. Tonerwechsel lassen sich in Sekunden schneller durch einfachen Zugriff durchführen. Auch das Anschließen des neuen Dokers ist ganz einfach. Ganz ehrlich, ich bin keine IT-Expertin und habe unseren Lexmark Vierer in wenigen Minuten angeschlossen und zum Laufen gebracht. Die Anleitungen versteht man, auch wenn man sonst nichts mit IT zu tun hat. Der neue Lexmark Vierer ist umweltfreundlich und mit dem blauen Engel ausgezeichnet. Durch den verbauten Stahlrahmen ist er robust und langlebig und wird auch professionellen Anwendungen gerecht. Ein gut lesbares Farbdisplay macht die Anwendung vollkommen intuitiv. Selbst IT-ungeübte Anwender können ihn problemlos anschließen und nutzen. Natürlich bietet der Lexmark eine WLAN-Anbindung out of the box und im Vergleich zu anderen Herstellern eine sehr lange Tonerreichweite. Alle Geräte gibt es auch als Mono- oder Single-Function-Geräte. Die neue Lexmark Go-Line. Go for it!